Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich? Oui. Pensez a lui toujours? Comment pourrais-je l'oublier? Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Vous venezz souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé, Mama. Vous avez beaucoup souffert. La seule blessure, c'est Franz. Scher Anna, il faut que je vous dise. Was würde die Wahrheit bewirken? noch mehr Schmerz, noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzosen? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020